Und dann starten wir noch im Parallel mit der Verhohung und dem Einzelnen. Und dann spielen wir an Tisch 2, Hiesmeyer gegen Künstler, Schiedsrichter Hessen. Ein Spieler, also Hiesmeyer und Künstler mit dem Zürcher Wüller. Dann an Tisch 4, Seifert gegen Reischmann, Schiedsrichter Müller. Dann an Tisch 5, Kaltenbruder gegen Reischmann, Schiedsrichter Rauch. Kaltenbruder und Reischmann gegen Zürcher Wüller. Dann an Tisch 5, Kaltenbruder gegen Reischmann, Schiedsrichter Rauch. Und an Tisch 6, Kielbüller gegen Künstler, Schiedsrichter Riechmann. Kielbüller gegen Künstler, Schiedsrichter Rauch. Kielbüller gegen Künstler, Schiedsrichter Rauch. Kielbüller gegen Künstler, Schiedsrichter Rauch. Kielbüller gegen Western und Kielbüller gegen K Sek Olufer. Maler後, Schiedsrichter Rauch. Kielbüller gegen Künstler, Schiedsrichter Riechmann. Kielbüller gegen Künstler, Schiedsrichter Rauch. Kielbüller gegen Künstler, Schiedsrichter Rauch. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.